Johannes Evangelium Letzte Evangelium, ja. Hat Jesus immer darauf hingewiesen? Nein, klar. Ich bin Gott, betet mich an. Nicht ich und mein Vater eins. Wer sieht mich, sieht der Vater. Zeigt mir, wie Jesus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Wenn ich euch in die Kirche gehe, dann muss ich euch zeigen, Beweise von eurer Bibel und von Koran, das Gott ist eins. Und nicht drei. Er hat zu Jesus gesagt, sie behaupten, dass er der Sohn Gottes ist Nein, du bist der König. Du bist der König. Ja, nicht Sohn Gottes. Nicht Sohn Gottes. Er hat gesagt, du bist der König, der Jude. Das bedeutet, das hast du gesagt. Du hast bis jetzt noch nicht. Habt ihr gehört, dass ich Beweise, das ist Gott, und wir haben die Kirche. Jesus hat im Alten Testament, gibt es 300 Prophetien. Gib mir eine, davon ist Jesus Gott. Ja, 300 Prophetien, dass ein Löser, ein Messias, ein Retter kommen wird. Ich habe gefragt, wo Jesus sagt, ich bin Gott. Ich gebe eine Antwort. Du musst mir Freiheit geben, Dinge zu sagen. Aber sie antworten mir nicht auf meine Frage. Wie heißen sie? Ich bin Hamdi. Und nicht, ich wohne in Madagaskar. Ich frage ihnen, Jesus ist Gott, zeigt mir Beweise. In der Prophezeiung, in Johannes, im Alten Testament, nein. Jesus ist Gott, zeigt mir Beweise. Also seine, seine Lehre, alles was er, was er lehrt ist, bis heute relevant. Seine Wunder, die getan haben. Die Lehre von der Schauter, wir sind Muslime, glauben an Jesus. Wir glauben an Jesus. Ja, ja, das ist gut. Ich glaube an Jesus, ja. Ich liebe Jesus mehr wie mein Sohn. Siehst mein Sohn? Ich liebe Jesus mehr wie mein Sohn. Ich kann meinen Sohn weggeben, aber Jesus nicht. Warum? Weil ihr behauptet, dass Jesus gesagt, ich bin Gott. Aber bis jetzt, sie können nicht einmal eine Wortgebung von Jesus. Und wer ist Markus? Wer ist Johannes? Wer ist Matthäus? Wer ist Lukas? Sie müssen dann studieren gehen, bevor das die Muslime gehen. Markus, angeblich der Junge von Petrus. Petrus, Markus hat nicht einmal gesehen Jesus. Zweiter. Paulus hat nicht einmal gesehen Jesus. Johannes, ein geblicher Johannes, der nicht einmal, ist nicht der Junge von Johannes, weil Johannes ist der letzte geschrieben, Evangelium. Und Johannes war näher, mit Jesus unterwegs, war Johannes ein alter Mann. Und schreibt, 40, 60 Jahre. Das heißt, er hat geschrieben, der Evangelium. James Dunn sagte, angeblich, Evangelium ist geschrieben, 140 Jahre. Wie geht es, ein 14, 40 Jahre Mann? Der Evangelium von Johannes geschrieben, nach Johannes, Johannes schon geschoben. Der Junge. Beweise, Johannes 21, Es gibt von dem, es gibt von dem, 9000 hebräische Schriften, 10.000 griechische Schriften. Niemand zweifelt an, seine Existenz, niemand zweifelt an, was er getan hat. Niemand zweifelt an, was er gewirkt hat, und kein Mensch konnte diese Dinge bringen. Aber Sie haben mir bis jetzt keinen Beweis gegeben, dass Jesus ist Gott. Ich lerne Ihnen jetzt die Bibel. Jesus ist Sohn Gottes, weil er vom Heiligen Geist gezeugt worden ist. Okay, was bedeutet Sohn Gottes? Er ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Ist Gott, der Heilige Geist. Jetzt geht es mit auf den Verstand? Nein. Der Heilige Geist, so wie es in der Bibel steht, ist auf Marie gekommen und sie wird schwanger. Okay. Wie ist auf Marie gekommen? Wie der Mann mit seiner Frau? Nein. Oder wie ein Hund mit Hunden? Nein. Wie? Und das ist gut. Das ist gut. Dann wie? Das betrifft Jesus genau. Wann Allah erschafft Jesus, sagt er, sei und er ist. Sie sind verzweifelt, Sie können wieder einmal mir erklären, wie Jesus ist geboren. Sie können wieder einmal erklären, Heiliger Geist kommt über Sie und Heilige Kraft schatten Sie. Erklär mir wieder, Heiliger Geist kommt über Marie. Allah sagt zu Marie, sei zu Jesus und kann tausend von Jesus. Allah sagt im Koran, das Gleichnis von Jesus, Amen. Das Gleichnis von Jesus wie Adam. Er schuf ihn von. Er hat und sagt sei und er ist. Schaut das Konzept, wie schön ist. Ganz einfach. Aber ihr habt eure Konzepte von die Heiden, römischen, die haben Horus, Jesus und diese Götter. Und Götter zeugen die Götter mit Frauen wie Pilate, wie Jupiter und 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 und. Deswegen habt ihr das durcheinander. Kommt zurück zum Koran, ist ganz einfach. Wenn Marie gefragt hat, der Heilige, da ist Jibril, der Segen und Friede auf ihm, der Gebrei, hat zu Marie gesagt, du verkinderst dir eine Botschaft, eine freie Botschaft, das heißt, ein Kind heißt Jesus. Die sagt zu ihm, wie kann ich ein Kind haben, genau wie Lukas greift, wie kann ich ein Kind haben, wo ich keinen Mann kenne, bei euch. Bei uns wie kein Mann hat mich berührt. Dann Jibril, das ist die Antwort, was euch verrückt macht, nicht Heilig Geist tun über dich, weil dieses Haram, tun wir nicht, du, 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 bedeutet hier, Jibril hat geantwortet, wenn Allah will, er sagt, sei, und tausend von uns werden geschaffen. So, bis jetzt, sie haben mir in der Markt gewusst, zeig mir das Jesus dort. Ich bitte dich, zeig mir, ich will schon im Paradies mit dir gehen. Zeig mir, Jesus ist Gott. Okay. Wir haben unterschiedliche Sichtweise, wenn ich in meinen Anrufen komme, Bitte, ich will das hören. Frage es bitte an. Nein, ich will das hören. So zuvor nachher, dass du sagst, es nicht wichtig ist, wo ich das auch... Ich habe nicht gesagt, das ist richtig, ich habe einen Beweis. Gib mir einen Beweis, dass Jesus ist Gott. Okay, ich höre dich jetzt bis morgen. Gib mir einen Beweis. Du möchtest gerne deinen Stand mit vertreten. Nein, nein, ich bin nur sauer, weil sie haben, ein Beweis, dass Jesus ist Gott. Sie wohnen, kleine Kinder mieten in die Höhle. Gib dann einen Beweis, Jesus ist Gott. Es ist, 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 Es war die Oragypten. Nein! Wenn Gott den Koran sagte er, dass Gott mich noch zu którym und eure Geliebe, wenn du stirbst so, wirst du in die Hölle geschmissen und die Ungerechte werden dann, weil das ist ungerecht, tust du gegenüber von Allah, du sagst, Allah hat deinen Sohn, wie jetzt, das Kopf, du wirst in die Hölle geschmissen. Also, kehrt zurück, Jesus sagte, Matthäus 12, 29, er fragte mein Mann, welches der wichtigste Gebot, Meister, der wichtigste Gebot. Jesus sagt nicht, Gott 3, 4, 4, 1, ich und mein Vater 1, nein, Jesus sagt klar und deutlich, was sagt er? Das wichtigste Gebot, nein, das ist Matthäus, Matthäus hat das verfälscht, nein, falsch, falsch, siehst du das? Matthäus sagte, weil es ihm nicht passt, Matthäus sagte, Shama Israelu Adma Elachu Adma Achad, ich spreche sogar die Sprache von Jesus, aber du nicht, Du folgst Jesus, aber du folgst, du sprichst nicht, ich spreche von Jesus, es war Sprache von Jesus, es war Sprache von Jesus, Arame, Shama Israelu Adma Elachu Adma Achad, O Kinder für Israel, unser Herr ist ein einziger Gott, wie wir, Allah spricht, Allah ist eins, genau wie Moses, Deuteronomy 6, 4, Jesus genau ist gesagt, Mohammed auch, und dann liebt dein Gott von deinem Herzen, das findest du in Matthäus, weil meint, es passt ihm nicht, das ist, macht der Tauchie, sagt es, Gott ist eins, dann hat das weggegeben, Gott ist eins, und hat gesagt, lieb dein Gott mit deinem Herzen, wir lieben Gott mit unserem Herzen, mit allem, das ihr wisst, das schon, ihr müsst ihr lernen, aber bis jetzt hat mir keiner Beweis gegeben, wir sind das nicht. Okay, du hast es auch angesprochen, dass Gott dreieinig ist. Erklär uns das, dreieinig. Ja, wir Menschen sind auch dreieinig gewesen. Ich habe den Körper, ich habe eine Seele, ich habe einen Geist. Aber du bist eine einzige Person. Ich bin eine Person, Gott ist eins. Nein, Gott, ich habe in eurer Katechismus. Gott ist eine Person. Du möchtest mich jetzt gerne hier... Nein, nein, du sagst, ich bin... Ich habe keine Absicht, dir irgendwas... Aber hör mal, hör mal zu, ich will dich retten jetzt, nicht du mich. Ich will dich retten. Weil du sagst, du Gott, in einer Person, das ist falsch. Du lernst die Leute falsch. Gott, der Vater eine Person, der Sohn eine Person, der Heilige Geist eine Person, sind nicht drei, sind eins. Aber ich bin eine Person. Ich habe meine Seele mal gekannt, eine Person. Aber bei euch nicht. Drei Personen haben ein Wort. Stimmt das oder nicht? Doch. Dann kannst du nicht... Gott, der Angst ist, Leib. Auf Wiedersehen. Gott, der Schauspiel war er. Gebrar der Schügel, die Leib. Der Schügel, er hörte die Licht. Und da Stimme. Wir sehen uns. Untertitelung. Vielen Dank.